Und über das vergangene Jahr möchte ich sprechen mit Professor Sönke Neitze, Militärhistoriker an der Universität Potsdam. Vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit. Ja, hallo. Morgen jährt sich zum allerersten Mal die russische Invasion. Und vor allem zu Beginn hat man kaum daran geglaubt, dass die Ukraine so lange ihr Land tatsächlich verteidigen kann. Man hat von Tagen maximal gesprochen. Heute sehen wir die Ukrainer, sie verteidigen ihr Land noch immer und ja auch so viel mehr. Welche Bedeutung hat dieser Krieg und vor allem dieses Durchstehen der Ukrainer für Europa, für den ganzen Westen? Ja, dieses Durchhalten der Ukrainer, dieses Aushalten hat eigentlich, ja, war praktisch der Game Changer. Man stelle sich mal vor, die Ukraine wäre nach drei Tagen zusammengebrochen. Dann würde Putin an der polnischen Grenze stehen, an der rumänischen Grenze, Transnistrien, Moldau wäre bedroht. Wir würden ganz anders über diesen Krieg, über die Bedrohung aus Russland sprechen. Und das zeigt eben auch, dass Kriege nicht voraussehbar sind. Das ist dann der Nebel des Krieges. Und wir alle haben ja gedacht, oder viele haben gedacht, das ist nur eine Sache von Tagen. Und man hat eben unterschätzt, wie sehr die Ukrainer doch vorbereitet waren und welchen Verteidigungswillen sie eben auch haben. Aber das war eigentlich der große Game Changer. Wir hatten eine völlig andere internationale Lage. Wenn wir jetzt vor allem auf Putin blicken, er spricht nicht von Krieg, es ist eine Sonderoperation dort. Und vor allem hat er zu Beginn in seinen Reden immer wieder versucht, das Ganze historisch zu begründen, warum jetzt also diese Invasion. Ist an all den Punkten, die er immer wieder in verschiedenen Kontexten gebracht hat, irgendetwas dran gewesen? Es ist immer eine Frage der Perspektive. Denn Geschichte ist ja nicht etwas, was wirklich statisch ist, sondern jeder ist eigentlich wie so ein Wühltisch. Jeder sucht sich das Argument raus, was gerade zu seiner Argumentation passt. Und Putin hat ja argumentiert, die Ukraine gibt es gar nicht. Das ist sozusagen ein klein Russland. Und was es da gibt, ist eigentlich ein Konstrukt des Westens. Dann hat er immer wieder auf die sogenannten Faschisten angesprochen, also auf die ukrainischen Nationalisten des Zweiten Weltkrieges. Und es ist seine Konstruktion. Ich glaube, dass Putin daran glaubt. Und das ist seine Realität. Unsere Realität, ich denke mal, ihre und meine, ist eine völlig andere. Wir würden davon ausgehen, natürlich gibt es eine ukrainische Nationalbewegung, natürlich gibt es eine ukrainische Sprache, eine ukrainische Kultur. Es gab kurze Zeiten ukrainischen Staaten, 1918, 19 und vor allem gibt es ihn seit 1990, 1991, also seit 30 Jahren. Und wir blicken also, wir blicken auf die, ich sage mal, Herrschaft des Rechts, des Völkerrechts. Das ist für Putin, hat er einen anderen Blick da drauf. Also wir sehen einfach sehr unterschiedliche Realitäten in diesem Krieg und wie unterschiedlich man mit Geschichte argumentieren kann. Dieser sehr andere Blick oder man kann vielleicht sogar einfach sagen, der falsche Blick von Putin auf Völkerrecht, der durfte ja aber eigentlich dann doch nicht überraschend sein. Vor dem 24. hat man immer wieder gesagt, das macht er nicht, so weit geht er nicht. Aber hat sich das nicht schon viel länger angekündigt, spätestens seitdem die Krim ja schon annektiert worden ist und Putin bewiesen hat, Grenzen sind für ihn nicht wirklich bindend? Also Sie haben recht, wenn man darauf hinweist, das müssen wir uns alle immer wieder vergegenwärtigen, dieser Krieg beginnt nicht erst am 24. Februar 2022, sondern eigentlich 2014. Aber die Lage war damals natürlich so, dass er das geschickt gemacht hat. Es gab keine Gegenwehr, es gab keine Toten, es gab die grünen Männchen der Westen. Die NATO war völlig überrascht davon. Man war völlig konzentriert auf die Auslandsansätze, Stichwort Afghanistan. Und dann war so die Frage, wie geht man mit Putin um? Soll man ihnen, soll man jetzt den Ukrainer Waffen liefern? Da waren die Deutschen dagegen, erinnern uns an Angela Merkel. Und letztlich glaube ich, hat jeder gehofft, naja, der Putin, der ist zwar kein angenehmer Zeitgenossen, aber den können wir irgendwie noch in eine euroatlantische Weltordnung einbinden. Auch wenn das schwierig ist, auch wenn der nervt, auch wenn er unsere Grenzen überschreitet. Und ich glaube, niemand hat so richtig daran geglaubt, dass er einen großen Krieg führt. Ja, er hat Krieg in Georgien geführt, er hat in Syrien Krieg geführt. Das waren ein bisschen andere Szenarien und es war so ein bisschen wie das Pfeifen im Wald. Und jeder hat sich, glaube ich, Hoffnungen gemacht. Und erinnern wir uns daran, vor einem Jahr, wie alle dorthin gefahren sind nach Moskau, die langen Tische, die Gespräche, wie alle noch Hoffnungen hatten. Naja, also diesen Schritt wird er doch wohl nicht tun. Und ich glaube, wir haben den Fehler gemacht, sehr viele, nicht alle, aber sehr viele, dass wir diesen Konflikt aus unserer Brille betrachtet haben, aus unserer Sicht. Ja, und für uns ist Krieg kein Mittel der Politik. Wir haben es aber nicht gelernt, die Sache aus Putins Sicht zu betrachten. Und dass für Putin Krieg durchaus ein Mittel der Politik ist. Jetzt fällt auch in jüngster Vergangenheit immer wieder auf, dass Deutschland auch in Russland eine große Rolle spielt, immer wieder zu Wort kommt. Zum einen spricht man davon, dass wieder deutsche Panzer jetzt Russland angreifen. Man müsse sich gegen deutsche Panzer verteidigen. Wir haben jetzt wieder Lieder gehört über roten Flaggen über Berlin. Auch ein klares Zeichen, wie da die Vorstellungen sind. Warum ist Deutschland noch mal so ein explizites Feindbild? In diesem Krieg geht es ja nicht nur um den Krieg der Waffen, sondern auch um den Informationskrieg, den Krieg der Propaganda. Und Putin weiß natürlich, dass sowohl während des ersten großen Vaterländischen Kriegs gegen Napoleon, als auch im zweiten großen Vaterländischen Krieg gegen das nationalsozialistische Deutschland, es eine große Motivation gab, die Heimat zu verteidigen. Und dass er natürlich versuchen muss, weil er einen langen Krieg führt, die Russen zu motivieren. Also er braucht einen Gegner. Er muss die Frage wofür beantworten. Und nichts lässt sich in Russland so gut mobilisieren, wie dieser Mythos des großen Vaterländischen Krieges. Deswegen auch immer der Kampf gegen die Nazis, gegen den Faschismus. Und jetzt versucht man irgendwie es hinzubiegen, naja, die Deutschen sind ja irgendwie involviert. Das ist natürlich alles irgendwie Quatsch. Denn diese Leopard-Panzer kommen ja nicht nur aus Deutschland, aus anderen Ländern. Die waren mit ukrainischen Soldaten, mit ukrainischen Hoheitsabzeichen. Und natürlich ins Gefecht ziehen. Und natürlich ging es uns seit 1941 um etwas völlig anderes als jetzt. Damals hat das Deutsche Reich einen Vernichtungskrieg in der Sowjetunion geführt, hat die Sowjetunion angegriffen. Heute ist die Ukraine da angegriffen. Also die Frage, wer angegriffen hat und wer verteidigt ist, ist klar zu beantworten. Aber es ist der Versuch, diese alten Mythen wieder hochzubringen und damit die Bevölkerung zu motivieren. Und ein historischer Vergleich kommt jetzt immer öfter, der Kalte Krieg. Denn die USA sind der absolute Machtgegner Russlands. Und die beiden Länder jetzt ja doch so zerstritten oder wie man das auch formulieren will, wie damals. Würden Sie jetzt schon wieder von einem neuen Kalten Krieg, von einem eisernen Vorhang sprechen? Ja, also der Kalte Krieg, aus meiner Sicht, beginnt eigentlich schon 2014. Weil das ist eigentlich der Moment, in dem die NATO umgeschwenkt ist. Von Auslandsansätzen hin zur Landes- und Bündnisverteidigung. Die Deutschen haben keine Waffen an die Ukraine geliefert, aber die Amerikaner und die Briten sehr wohl. Und das ist ein Grund gewesen, warum die Ukraine überhaupt überlebt haben. Weil die ukrainische Armee von Amerikanern und Briten ausgebildet wurde, weil es Waffenlieferungen gab und so weiter. Und damit war das schon so ein Stellvertreterkampf, den es ja auch schon im Donbass gab. Und die Ukraine hätte ja das gar nicht so durchhalten können ohne westliche Unterstützung. Also natürlich ist der Kalte Krieg ein anderes Szenario. Jede Geschichte ist neu. Aber die Konstellation, dass man wieder wirklich in die Konfrontation geht. Nicht direkt, dass nicht Soldaten russische gegen amerikanische kämpfen, aber dass es Stellvertreterkonflikte gibt. Und das haben wir eigentlich seit 2014 und jetzt natürlich verschärft, 2022. Also das ist völlig klar. Wenn wir auf die Weltordnung aktuell blicken, wenn Putin eins nicht geschafft hat, dann ist es den Westen zu spalten. Das wird immer wieder betont, man ist noch näher zusammengekommen. Aber auf der anderen Seite scheint sich auch ein neuer Block, eine Freundschaft zwischen Moskau und Peking zu entwickeln, die vielen auch Sorgen bereitet. Wie gefährlich kann das tatsächlich werden? Also da war die Münchner Sicherheitskonferenz schon interessant. Die hat ja nicht umsonst auch den Schwerpunkt auf dem globalen Süden gehabt. Und ich glaube, der chinesische Außenminister ist mit sehr robusten Worten dort aufgetreten. Und ich glaube, ich sage mal dem Westen, also Europa und Nordamerika wird jetzt deutlich, dass sie vielleicht zu lange um sich selbst gekreist sind. Und dass Länder wie Indien, Brasilien, Südafrika, aber eben gerade auch China natürlich sich nicht einbinden lassen wollen, eine westlich dominierte Weltordnung, sondern auch Länder wie Indien zum Beispiel jetzt dem Westen eher die kalte Schulter zeigen. Und die große Frage wird sein, wie verhält sich China? Ja, jetzt ist das alles im Nebel des Ungewissen. Aber ich glaube, dass China bereits jetzt Russland viel stärker unterstützt, als wir das vielleicht glauben. Also mit Technologielieferungen etwa. Und die Chinesen schauen sehr genau auf diesen Konflikt. Und natürlich geht es für die Chinesen nicht um den Regelbruch, den wir so sehr bedauern, sondern es geht darum, wie man sich machtpolitisch eigentlich aufstellt. Und andererseits wird der Westen geschwächt durch diesen Krieg. Jetzt darf man ihn nicht zu sehr eskalieren lassen. Das schadet wieder der chinesischen Außenwirtschaft. Aber es geht nicht darum, dem Westen oder so zu helfen. Und das Interessante ist ja, dass es nicht nur für China gilt, sondern eben auch für Indien, auch für Brasilien. Der Bundeskanzler an seiner Brasilienreise hat sich ja letztlich eine Abfuhr geholt. Und nach dem Motto, das haben wir auch in München oft gehört, das ist euer Krieg. Und damit haben wir nichts zu tun. Ihr müsst das lösen. Also da steht der Westen, will nicht sagen allein. Wir haben ja die Abstimmung in der UN-Vollversammlung. Aber die Frage ist, bleibt es eigentlich dabei? Bleibt es bei dieser Koalition gegen Russland? Wenn die Ukraine aktuell eins braucht, dann sind das Lieferungen von Waffen, von Munitionen. Das hören wir immer wieder. Interessant ist aber, was eingesetzt wird. Denn zum einen ist das ein Krieg 2022, 2023 mit modernster Technik. Und auf der anderen Seite sind es Bilder fast, die man aus dem Zweiten Weltkrieg kannte. Es sind Soldaten auf dem Boden, es sind Panzer. Was für ein extremer Gegensatz ist das in der Kriegsführung? Ja, es ist ein Gegensatz. Da haben Sie völlig recht. Und mich erinnern die Bilder sogar mehr noch als an den Zweiten, an den Ersten Weltkrieg. Denn was die Russen einerseits machen, sie führen ja eigentlich einen Artilleriekrieg, der uns an den Ersten Weltkrieg erinnert. Die Panzerwaffe kommt kaum zum Einsatz. Das wäre sozusagen ein Element des Zweiten Weltkrieges. Und sie zwingen damit den Ukrainern ihre Form des Krieges auf. Die Ukrainer sind sehr gut, wenn es darum geht, flexibel zu agieren. Kleine Truppen, das haben wir am Anfang gesehen, sie haben die Russen in ihr Land gelassen, haben dann den Nachschub angegriffen. Sie haben aber Probleme, weil sie nicht so viele Soldaten haben, nicht die große Feuerkraft haben, wenn es um diesen statischen Stellungskrieg geht. Und diese Form des Krieges zwingen die Russen gerade den Ukrainern auf. Sie kommen zwar nur sehr langsam voran, aber sie kommen voran. Also das ist diese alte archaische Form, Erster Weltkrieg, Stichwort. Zum gleichen Zeitpunkt sehen wir einen unglaublich starken Einsatz von Drohnen. Und zwar gar nicht diese Kampfdrohnen primär, sondern ganz viele Aufklärungsdrohnen, tausende von Aufklärungsdrohnen. Und wir haben eine ganz junge Start-up-Szene in der Ukraine, die Apps entwickeln für die Artillerie und dergleichen, die sich auch um die ganzen Intelligence bemühen, die es abhören von Funkverkehr und so weiter. Also es ist das Alte und das Neue gleichermaßen. Es ist also eine Evolution des Krieges, keine Revolution. Und vor allen Dingen ist es nicht das, was viele Analysten vorausgesagt haben, die dann nur noch von Cyber-War oder von hybriden Kriegen sprechen. Also das Alte hat nach wie vor überlebt, auch im 21. Jahrhundert. Wenn wir auf die Ukraine blicken, wir könnten jeden Tag unzählige Heldengeschichten erzählen von Zivilisten, von Soldaten. Aber ein Mann steht natürlich für diesen Krieg. Das ist Präsident Zelenskyj. Vorher ziemlich unbekannt. Ein Schauspieler, der zum Staatsoberhaupt geworden ist. Und auf einmal Kriegspräsident. Wie gibt er sich in dieser Rolle? Er wird weltweit gefeiert. Es gibt von Politikern Standing Ovations, egal wo er hingeht. Ich glaube, er ist in diese Rolle sehr schnell reingewachsen. Und ich glaube schon, dass Personen, gerade in Krisensituationen wie einem solchen Krieg, eine Relevanz haben. Wir sagen ja oft, das sind Government-Strukturen, das sind Gesellschaften, das sind Kulturen. Alles schon wichtig. Aber ich glaube, dass Personen, bestimmte Personen einen Unterschied machen können. Ich sage mal auf Englisch, leaders lead, they do not follow. Und er ist eben jemand, der ist ein Leader der Ukraine. Er hat immer die richtigen Worte, immer die Ansprache, auch die symbolische Kommunikation. Also das, was man vielleicht im Westen manchmal ein bisschen zu wenig hat, hat er in hohem Maße. Und er hat es eben geschafft, auch den westlichen Staaten ein schlechtes Gewissen zu machen. Mit der Art und Weise, wie er aufgetreten ist. In der Münchner Sicherheitskonferenz sprach er ja vom Kampf von David gegen Goliath. Und er war keine Steinschleuder, um Goliath zu bekämpfen. Also diese Metaphern, die er benutzt, der ist auch nicht so aggressiv wie Melnyk, der ukrainische Botschafter hier in Berlin. Also er hat da schon ein besseres Fingerspitzengefühl. Und er ist eine enorm wichtige Figur. Stellen wir uns mal kontrafaktisch vor, es wäre russischen Spezialkräften gelungen, Zelensky zu töten in den ersten Tagen. Also das hat für die Einheit dieser Nation, dieser Gesellschaft und auch für das Ausmaß der Unterstützung eine ganz enorme Bedeutung. Und wir sehen, wie wichtig Politiker in Führungsrollen sein können. Die zentrale Frage ist jetzt natürlich, wie kann dieser Krieg beendet werden? Das ist die eine Million Dollar Frage. Immer wieder wird über Friedensverhandlungen gesprochen. Aber der Ukraine ist klar, den westlichen Partnern, die Ukraine darf dafür nicht was hergeben müssen. Glauben Sie, zum jetzigen Zeitpunkt ist das mit Russland überhaupt machbar? Auch nach der letzten Ansprache, die wir wieder von Putin gehört haben? Also Zelensky ist da und auch die ukrainischen Meinungsumfragen sind da sehr klar, dass sie sagen, wir müssen das gesamte ukrainische Territorium befreien, Donbass inklusive Krim. Ich kann nur sagen, ich halte das schon aus militärischen Gründen für, aus dem jetzigen Zeitpunkt für sehr unrealistisch. Also ich schaue natürlich auch nicht allzu tief in die ukrainischen Streitkräfte rein, aber das, was ich weiß, kann ich nur sagen, ich sehe das nicht. Es geht eher darum, dass die Ukraine diesen Krieg nicht verliert. Und welches Ergebnis es dann hat, ist eben die große Frage. Und was sicherlich richtig ist, China hat ja nun den großen Friedensplan angekündigt, dass auch die westlichen Staaten sich da von China nicht die Butter vom Brot nehmen lassen sollen. Also wir müssen sicherlich auch initiativ werden. Aber wie das aussehen kann, ist zum jetzigen Zeitpunkt sehr schwer zu verhandeln. Und vor allen Dingen sind das Sachen, die eigentlich nur schwer öffentlich verhandelt werden können. Es ist eigentlich nichts für Talkshows, sondern es ist eher was für Geheimdiplomatie. Aber dass es irgendeine Form von Kompromiss wird geben müssen, ich kann es mir zumindest aus militärischen Gründen zurzeit nicht anders vorstellen. Ob das ausreicht, um wirklich einen Frieden zu schließen, ist wieder die nächste Frage. Denn Putin wird sich nicht einfach als Verlierer aus diesem Krieg zurückziehen, wenn er nicht auf dem Schlachtfeld wirklich geschlagen ist. Und danach sitzt es bis jetzt nicht aus. Die abschließende Frage dann, wenn es irgendwann einen Frieden in welcher Form auch immer geben wird, wird die Welt, die Weltordnung, die wir danach sehen, eine ganz andere sein als vor diesem Krieg? Also ich glaube, schon vor 2022 hat sich ja eine sehr multipolare Welt eingestellt. Es hat sich zurechtgerüttelt. Und ich glaube nicht, dass wir jetzt eine bipolare Ordnung wieder bekommen, sondern wir sehen das jetzt ja auch, dass der globale Süden wichtiger wird, dass die BRICS-Staaten, also Brasilien, Indien, China wichtiger werden. Dann ist die Frage, wie weit China, ob es wirklich zum globalen Hegemonen aufsteigt, ob das 21 und ein chinesisches wird. Das ist noch nicht geschrieben. Ich würde eher in diese Richtung interpretieren, die wir schon hatten, dass es eben eine multipolare Ordnung gibt, die aber antagonistischer ist, als wir uns eigentlich gewünscht haben. Wir hatten sie uns ja immer so ein bisschen als offener Handel, Handelswege vorgestellt. Also das wird, Krieg ist ein Mittel der Politik, auch der Großmächte. Das muss ja offensichtlich die Schlussfolgerung sein aus diesem Krieg. Herr Professor Neitzel, vielen herzlichen Dank für die Einschätzungen. Danke.